Echt 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 Net so Leute Hall und Herzlich Willkommen zu Let's Play Minecraft Surf ähm ja erstmal ich werde dann im Laufe der diese der Aufnahme wie im letzten Part versprochen die Arena wechseln aber wirklich nur sehr kurz spielen nur zum herzeigen da ich sie einfach so verfickt scheiße finde und mehr kann man dazu auch nicht sagen ich bin extrem schlecht es ist einfach so was von beschissen egal jetzt mal Schluss mit mit Trauergefühlen weil es so beschissen ist und weiter mit Happy Gefühlen weil ich so lange noch hoffentlich nicht sterbe oh man ich hätte jetzt schon gedacht ich fall raus komm 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 Teufelsprinzessin du kleines komm Teufelsprinzessin ja lol runtergeschubst ähm leider zieht das nicht als Kill für mich also schade egal ähm ja was ich noch sagen wollte zum Gewinnspiel es gibt jetzt doch sozusagen ein fixes ähm Dingsbums äh Datum für das Gewinnspiel mehr oder weniger fixes Datum kann man nicht wirklich fixes Datum nennen ähm da es aufgelöst wird wenn wir die 300 Abonnenten geknackt haben ganz einfach es hängt von euch ab also ganz einfach das Video teilen auf eurer Facebook Seite keine Ahnung irgendwie äh schaffen dass wir also uns dabei helfen ähm 300 Abonnenten zu bekommen also es hängt eigentlich ganz von euch ab ähm wann die Auflösung kommt und äh wie früh ihr die Chance habt zu gewinnen hängt ganz von euch ab und das überlasse ich einfach euch ja mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen und ich werde einfach mal den Zombie HD lol komm 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 man äh lol 15 Kills ja achso ich habe ja schon vorher ein bisschen gespielt da gab es wieder ein paar Fehlaufnahmen ähm ich muss echt viel Zeit in die Videos investieren pro Video aufnehmen Zeit mindestens eine Stunde dass sehr viele Fails gibt das liegt jetzt nicht an mir aber ich will jetzt auch nichts Böses sagen egal ähm auf jeden Fall liegt es nicht an mir und auch nicht am PC und auch an äh nichts anderem was mit dem PC zu tun haben könnte komm 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 da lol hab ich da nicht gerade hm ich hab doch gerade jemanden gekillt egal ähm ihr könnt auch mal äh Vorschläge schicken äh was für Themen ich im Let's Play ansprechen soll wäre mal echt 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 nett und vielleicht kennt ihr auch irgendjemanden der uns gratis ein neues Intro machen würde denn ich überlege wir überlegen mal auch ein neues Intro äh vielleicht sogar zu kaufen aber gratis wäre natürlich noch nicer ähm ja 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 mehr kann ich jetzt dazu auch noch nicht sagen wäre einfach nett wenn ihr irgendwen kennt der gute Intros macht und auch gratis und uns das auch mal sagt dann gucken wir mal was der so drauf hat ähm und lassen seines machen oder ich mache eins aber ich bin es auch nicht der erste Profi Profi Prozent ihr könnt auch mal irgendwie von mir eins haben wenn ihr unbedingt wollt aber ähm dann fragt mich hier bitte auf Pro Loser an und Prozent wäre auch nett wenn ihr dann Kanal abonniert die Wissern wäre nett müsst ihr nicht ähm das hat das eigentlich Schärfe zwei Jahre schon mal kann man das genau ist er endlich ohne Rüstung rum wow epischer Auftritt ich fall vom Himmel und zu und sie mir die Rüstung Mann erschreckt mich nicht so Bababababa Babababa nein hä was ist mit deinem Kopf los ok ich werde das schaffen 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 mindestens einen Kill Mann Mann ich bin Batman ich frag mich wie sich das anhört ähm auf jeden Fall ich find die Map hier jetzt wirklich 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 am neidesten denn die anderen sind eigentlich nicht ganz Mainz bei der anderen lose ich einfach nur die ganze Zeit ab und ich werde es Prozent er ich mache jetzt noch Prozent wie viel Kiel bis Kiel 20 mache ich jetzt noch und dann zeige ich euch mal den anderen die anderen Maps so ein bisschen die ihr noch nicht gesehen habt ich muss doch mal überlegen ich bin schon bald Kiel 19 einer noch Bababa Babo komm her Bobo ich habe Babo gelesen Babo 300l 69 ja ok nice so fließt ja überhaupt keine Lord okay auf jeden Fall werde ich jetzt um Warte was habt ihr denn noch nicht gesehen Paradise kennt hier äh ne was ihr nicht kennt ist Eiswelt das ist wirklich die Map die ich am meisten verabscheue ich mache hier immer so ein bisschen auf Predator halt und lege mir das alles hier zurecht denn eines kann ich draußen lassen das kann man ganz rauswerfen und so ich mache mal jetzt wieder ein bisschen auf Predator unsichtbarkeit es sind nirgendwer H.H. der Safga der Safga nice 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 Speed gebe ich mir auch mal schnell oh 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 fuck yeah nein ich habe mich außerhalb von der Map geschossen hä was war das gerade äh okay lol ja ja ich bin wieder zurück erst mal hoffen dass der Freaky hier mich nicht zieht genau das genau das ich werde noch mal kurz die Map bisschen näher bringen so nom 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 äh fail nom 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 und mit Speed hier noch mal kurz durchflitzen F1 so hier noch kurz mit P4 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 so ich finde es ziemlich interessant dass man sich hier aus der Map rausschießen kann und dann richtig ja aus dem Map draußen ist aber hier direkt wieder reingehen kann und dann fangt es an herumzubauen und ab dann ist es wirklich 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 merkwürdig ich hoffe ich bin ich jetzt draußen ja ich bin draußen ähm ich suche mal jetzt noch irgendwen den ich so verarschen kann mit meiner Unsichtbarkeit ähm wen hallo 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 maan ja okay das war klar also ich gehe wieder um und zeige euch noch eine Map um die ihr noch nicht gesehen habt vermute ich ich weiß es ist gar nicht mehr ich glaube das war das hier ähm oder ja diese Map habt ihr auch noch nicht gesehen nur irgendwie bin ich in der auch verdammt schlecht aber besser nein 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 oh boah okay in der werde ich jetzt wenigstens eine Weile glaube ich mal bleiben auch wenn ich sie trotzdem ziemlich verabscheue und ja wenigstens einen Kill auch wenn das oh ja man das ist ja wirklich mal geil was habe ich naja klar die Tränke bringen mir überhaupt nichts kann man ja hier nicht mal einsetzen und okay ja ja Jansi 23 Jansi was machst du du da ja was machst du du da äh lol ok dann wer bist du wer bist du Jansi mein Freund äh ein menschen 8 D der hat mich also eliminiert der erste ich habe ihm zu einem und selbst Kills verholfen Loll okay Janse Janse du Bier Loll wieso konnte ich den jetzt gerade nicht schlagen und er mich wie ist das möglich Alter ich glaube das hat man jetzt nicht zumindest auf sich das so ich habe kurz nachgucken müssen wie lange schon aufnehmen 10 Minuten Prozent 10 Minuten 10 Minuten und 35 Sekunden also bis jetzt aufgenommen bevor ich den Cut gemacht habe so nein wow Sonne Halleluja Halleluja oh ich bin schon aufgekommen ist mir jetzt gar nicht aufgefallen ähm ich glaube dass ich dich töten werde Flo Flo äh wie heißt du Flo Flo 9 irgendwas hat nur so mal zu Info der äh Flo der neu dazugekommen ist hat leider einen sehr schlechten PC und er hat auch gerade keine Zeit deswegen dauert das noch ein bisschen bis er die erste Aufnahme hochladen kann denn wir haben auch noch nichts aufgenommen und kann noch ein bisschen dauern und bei mir hat man ja schon im Gewinnspiel Video gemerkt hat er eine sehr schlechte Sonnenqualität die er eigentlich nicht hat was 60 FPS for the win I am Mensch 8D hat schon 125 Kids tu jetzt einfach mal so als wäre ich in den Nachrichten dumm 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 sind die Nachrichten I am Mensch 8D hat schon 125 Kids Oh mein Gott waren das schlechte Nachrichten solche Nachrichten würde niemand angucken Klara Klara schöner Name nicht Klara Komea Klara Netti also 10 Kids will ich schon noch schaffen in dieser Aufnahme Session Session Saison Aufnahmes Saison ja Aufnahmes Saison ist eigentlich das ganze Jahr über ich hab irgendwie im Moment nichts wo ich drüber reden kann ich will einfach mal runter hüpfen und wie irgendwen auch so hoch und episch hab die ja episch 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 komm 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 Nelly oder wie auch immer du jetzt geheißen hast Mann der Eimensch greift mich an ein Apple Produkt das ist ja wirklich peinlich ich werde von einem Apple Produkt fertig gemacht ich als Android Fanboy zu ich kann nicht das nur zulassen äh komm lol David nein 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 okay machen weil Team David wer auch immer du bist okay acht kills Lolli so David hat nur einen Kill oh mein Gott oh mein wenn ich jetzt den jetzt nicht dauernd krieg obwohl ich ihm schon vorher mit meinem Dienst der Mensch gegeben hat Hennachs hat mich in die mir in dem Baum gelandet so kommt schon kommt schon kommt irgendwie noch um netti ja 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 Mann Herr äh jetzt bin ich gerade durchs Wasser durch geht es nicht mehr okay dann verstehe ich das einfach nicht mehr kommt 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 einen noch noch immer neun Boah ich glaube das mit den 10 kills wird nie was die Aufnahme wieder zu Stunden lang gehen äh super nice Zing ähm ja lol ah 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 Mann ich will doch hätte ich nun mal die Aufnahme beenden können naja eigentlich ist es gar nicht so schlimm wenn ich jetzt noch ein bisschen aufnehmen aber er hat glaubt wirklich ausgeguckt das wäre dann doch weil das nicht geladen war komm warum kann ich manchmal niemanden schlagen ja 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 und jetzt auch noch einen Elften und einen okay also an der Stelle sag ich tschüss und abonniert uns wenn es euch gefallen hat und liked uns wenn es euch gefallen hat und äh falls es euch gefallen hat dann halt bis im nächsten Part tschüss dann ich dann